Oh mein Gott, Freunde, wir machen heute die Zufalls-Skin-Challenge gegen Lumex. Das ist 71. Nein, du... Die Antwort lautet 240. Was? Konzentrieren. Nein, 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 nein. Ey, ey. Hey, Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Team Lukas-Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, wir sind heute mal wieder in Summelgeist am Start mit Lumex und wir machen heute eine Zufalls-Skin-Challenge. Moin, moin. Was geht ab, Leute? Und damit willkommen. Ich bin auch am Start. Ja, ihr habt es richtig gehört. Heute gibt es eine Skin-Challenge. Ich denke, Lukas, du wirst vielleicht gleich nochmal genauer erklären, was das auf sich hat. Und ja, ansonsten, ich weiß nicht, Lukas, wie viele Likes sollen die Leute da lassen? Genau, Leute, also wenn ihr das Format feiert und wir das häufiger machen sollen, dann lasst unbedingt mal, ich würde sagen, die 3.000 Likes auf das Video da. Dann soll ich das auf jeden Fall, dass ihr da Bock drauf habt. Ja, so, Leute, ich erkläre ganz kurz die Regeln. Ihr seht hier die Tabelle nochmal eingeblendet. Ihr seht die ganzen Seltenheiten und, ähm, ja, was man bei den Seltenheiten beachten muss. Zum Beispiel bei Special ist alles erlaubt, aber bei, äh, gewöhnlich, ähm, ja, es sind eben nicht alle Sachen erlaubt. Wir gehen gleich beide hier bei Personalisieren rein und ein zufälliger Skin wird generiert, den wir spielen müssen im 1 gegen 1. Und je nachdem, welche Seltenheit wir bekommen, haben wir bestimmte Regeln und bekommen die Punkte. Und mal schauen, wer am Ende gewinnt. Ich würde sagen, let's go! So, Freunde, wir generieren jetzt erstmal für Lumex den Skin. Generiere eine zufällige Zahl zwischen 1 und 240. Das ist 63. Oh, 63, okay, warte mal, 1, 2, 3, 4 gibt's immer in einer Reihe. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich hab den Stumble Mage, ist ein ungewöhnlicher Skin, also grün tatsächlich. Okay, das bedeutet, du darfst dann nur ohne Abkürzungen spielen und auch keine Emotes verwenden. Okay, das ist krass, das ist krass. So, Leute, und jetzt mein Skin. Generiere eine zufällige Zahl zwischen 1 und 240. Das ist 98. Oh, okay, bei mir 98, Leute, ich zähl mal durch. Okay, das wird wahrscheinlich dann ein krasseres Skin sein. Wahrscheinlich blau, schätze ich mal, wahrscheinlich fast. Also, ich hab tatsächlich auch einen ungewöhnlichen, und zwar den Quarterback tatsächlich. Und dann würde ich sagen, genau, let's go mit dem Battle. Quarterback, okay, dann let's go! So, Freunde, wir haben auf jeden Fall als erste Runde Blockdash. Und, lol, dein Skin! Ja, ich bin einfach so ein Magier. Und du hast halt für mich so einen Quarterback-Skin, gell, richtig nice. Ja, der geht eh voll klar, oder, meiner? Also, wir dürfen jetzt aber beide einfach keine Special-Emots benutzen. Und das ist voll kacke, aber auf Blockdash brauchst du eigentlich, wenn du gut sein willst, die Kick-Emote, weil du dich da an manchen Stellen gut safen kannst, weißt du? Das stimmt, genau. Wir dürfen, also, Abkürzung ist ja hier eh egal, Freunde, aber auch keine Emotes, wie gesagt, benutzen. Sonst, ja, direkt verloren. Und ich bin mal gespannt. Also, würdest du sagen, du bist krass in Blockdash, oder? Ja, ich habe ehrlich gesagt viel von meinem Meister gelernt, von meinem Ehrenbruder Patrick. Der hat mir Blockdash beigebracht. Und ich würde sagen, ich bin sehr, sehr gut in Blockdash tatsächlich. Und ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster sehen und würde sagen, zu 99,9% gewinne ich Blockdash auch gegen dich. Okay, dann schauen wir mal, Leute. Also, ich sage mal so, ich mag andere Game-Mods wie so Later Tracer zum Beispiel mehr, um ehrlich zu sein. Ich habe Blockdash wohl auch gar nicht gemocht, aber mittlerweile Fire-Eck-Blockdash richtig, sage ich ganz ehrlich. Ja, schauen wir mal. Es wird halt immer schwieriger und vor allem, man kann es dann auch nicht so oft safen ohne Emote, sage ich mal. Ja, das ist auch true. Aber es gibt halt, wie gesagt, wenn du, du kannst halt auf der Map mit verschiedenen Spielweisen zu spielen. Entweder du tust halt zum Beispiel, ja, ich sage mal normal spielen, oder du nutzt halt die Stacheln zum Beispiel. Jetzt zum Beispiel hier kann ich zum Beispiel, es ist halt so, dass du halt zum Beispiel am besten hier gegen die Wand halt so springst. Und dann, siehst du... Eww! Ja, ich zum Beispiel nicht. Okay, also siehst du, habe ich zum Beispiel die Runde easy gewonnen. Das heißt, ja, Blockdash, erste Runde ging auf jeden Fall an mich. Ja, dann würde ich sagen, komm mir direkt zum nächsten Skin, oder? Würde ich auch sagen, let's go. So, Freunde, dann würde ich sagen, wir generieren mal wieder den Skin für Lumex, let's go. Ja. Generiere eine zufällige Zahl zwischen 1 und 240. Das wäre 161. Okay. Oh. 161. So, ich habe jetzt gefunden, das ist der Berserker-Skin tatsächlich. Ist ein epischer. Oh, okay, das bedeutet, du kannst theoretisch Abkürzungen benutzen, aber keine Emotes. Generiere eine zufällige Zahl zwischen 1 und 240. Das ist 111. Oh, okay, 111. 111, okay. 1, 1, 1 einfach mal. So, ich zähl mal durch. Und, Leute, hier ist 111 Spring Beauty. Ach du, nein, Alter, der sieht richtig lost aus. Und... Spring Beauty. Ja, ich darf leider auch keine Abkürzungen und keine Emotes verwenden. Aber ich darf Abkürzungen nehmen, ne? Genau, du hast den Abkürzungen-Vorteil. Oh, sehr, sehr nice. Da freue ich mich. Okay, Freunde. Und wir sind auf Space Race am Start. Ich würde sagen, let's go. Ja, let's go. Oh, du bist schon direkt wie der Arme. Ah, wie findest du eigentlich mein Skin? Mein Berserker-Skin, wie findest du den? Ja, der ist eigentlich eh ganz cool, ne? Wie findest du meinen? Du darfst dann keine Abkürzungen nehmen, ne? Ja, ja, ich bin ganz normal hier. Let's go. Oh, okay. Oh, mein Gott, wir sind so knapp aneinander. Aber wir dürfen, glaube ich... Ja, das stimmt. Wir dürfen, glaube ich, beide... Nein! Das war ein Fehler von dir, ja! Oh, mein Gott, aber... Oh, du bist runtergefallen! Was? Was? Oh, mein Gott, aber ich darf nicht über die Plattform jetzt. Mega lost. Bin ich in die falsche Richtung gerannt? Oh, mein Gott. Ey, ey, ey. Du hast ein übelst Vorzeil, weil du kannst über diese schwebenden Plattformen. Die darf ich ja nicht benutzen. Ja, aber ich bin gerade nochmal runtergefallen. Oh, mein Gott, ich sehe dich hinten. Ja, da... Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ey, ey, ey. Das ist unlucky, ne? Das ist unlucky. Oh, nein, oh, nein. Okay, ich sehe schon das Ziel. Nein! Nein, 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 nein! Let's go! Nein! Mann! Ich glaube, sehr geil. Also, Freunde. Okay. Es steht auf jeden Fall 1 zu 1. Und, ja, geht zum nächsten Skin auf jeden Fall. Meiner ist schon krass gewesen, ne? Let's go! Oh, ja, ja, der war schon nice, der war schon nice. Generiere eine zufällige Zahl zwischen 1 und 240. Das ist 10. 10! Okay. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einfach die Barbara! Oh, nein! Ich sehe es, Digga. Das ist so ultra lost der Skin. Okay. Generiere eine zufällige Zahl zwischen 1 und 240. Das ist 176. Oh, okay, 176. Ich zähle mal durch und wir sehen uns gleich. Oh, ich habe einfach mal den Captain Noheart. Lol! Noheart? Ernsthaft? Ja, ja, der ist eh krass, muss man sagen. Sehr geil. Okay, okay, stark. Das ist strong. So, Freunde. Mal schauen, welche Map jetzt drankommt. Und schon mal ganz wichtig, Lumex. Oh, okay, Lava Rush. Oh, mein Gott. Let's go! Oh, der Feuerball! Fünf. Nein! Oh, jetzt habe ich sogar einen. Oh, ja! Oh, mein Gott. Oh, aber du darfst mit Abkürzungen nehmen und ich nicht, ne? Genau, das ist ein kleiner Vorteil. Ich mache auf Lava Rush nur Abkürzungen. Oh, mein Gott. Oh, nein. Oh, mein Gott, Lukas. Das ist so unfair mit deinen Abkürzungen, ne? Ich darf hier nicht an der Seite lang laufen. Darf ich nicht, ne? Genau, das darfst du nicht. Ich darf aber auch keine Emotes verwenden. Also, ich meine, es ist trotzdem ein krasser Vorteil auf der Map, glaube ich, mit Abkürzungen. Aber, ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich es schaffe, zu gewinnen ohne Abkürzungen, Digga, dann wäre es das halt komplett Arino. Ja. Boah, aber ich glaube, ohne Abkürzungen. Lein, der Feuerball! Ich muss jetzt hier warten. Alter, das war so klar. Ey, oh, Mann. Oh, Mann, das ist so kacke. Let's go, Digga. Oh, nein, der Feuerball habe ich schon wieder weghauen. Digga, was sind das denn für aggressive Feuerbälle heute? Ey, nochmal. Ey, was? Ja, aber jetzt, jetzt gehe ich aber rein. Ja, let's go. Mann, Digga. Let's go. Generiere eine zufällige Zahl zwischen 1 und 240. Die Antwort lautet 197. Oh, okay. Oh, 197. Boah, da muss ich jetzt mal zählen, Leute. Leute, das ist einfach Stumblestein. Nein, nein, was? Oh, mein Gott. Okay, du darfst... Stumblestein. Du darfst quasi dann alle Emotes benutzen, außer Boxen bei Legendär. Ja, oh, nice, nice, nice. Und Abkürzungen. Und Abkürzungen. Let's go. Okay, dann jetzt für mich den Skit. Ich hoffe, ich habe jetzt Glück. Generiere eine zufällige Zahl zwischen 1 und 240. Das ist 211. Oh, 211. Oh, mein Gott. Ja, das ist safe und legendär noch schon wieder. Das ist safe, einer. Okay, ich gehe jetzt immer durch. Okay, Freunde. Bei mir ist es einfach mal der Red Demon. Auch ein legendärer. Ultrakrass. Nochmal Lavaland. Oh, mein Gott. Und wie gesagt, wir dürfen beide alles machen, außer zu boxen. Okay? Ja, okay. Okay, okay. Alles außer Boxen, okay. Ja. Also, Lukas, ich würde es tatsächlich so machen. Lass doch einfach mal auf Freundschaftsbasis einfach mal gar keine Splash-Limots machen. Und mal wirklich einfach schauen, wer hier wirklich länger überlebt vom Ding her. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, wie du meinst. Aber ich weiß gar nicht, ob ich dir vertrauen kann. Hey, ich meine das wirklich ernst. Weil ich will wirklich wissen, wie gut ich in Lavaland ist. Auf ernst, weißt du? Auf ernst. Okay, dann lass auf ernst machen, ja. Auf ernst. Ich schwöre sogar auf meine Krone hier. Okay, okay. Bist du gut auf Lavaland? Boah, also ich mag Lavaland schon. Wenn man hier nicht runtergeboxt wird oder so, dann ist das auf jeden Fall eine sehr nice Map, muss man sagen. Das dauert schon lange, ne? Oh mein Gott, jetzt haben wir, glaube ich, richtig Pech. Nein, Digga, ich bin drüber. Let's go. Okay. Dein Punkt auf jeden Fall, du Max. Das heißt, ich glaube, es geht 2 zu 2. So, Freunde, die finale Runde. Ich generiere jetzt den letzten Skin für Lumex. Let's go. Generiere eine zufällige Zahl zwischen 1 und 240. Die Antwort lautet 240. Was? Oh nein. Was? Digga, du hast einfach den letzten Skin erwischt. Das ist dein Teil schon gut, Digga. Oh mein Gott. Let's go, Junge. Digga, du kannst alles jetzt machen. Ja, Digga. Let's go. Oh mein Gott. Okay, ich hoffe, ich habe auch Lack, Leute. Wir testen mal. Generiere eine zufällige Zahl zwischen 1 und 240. Das ist 71. Nein, Digga, 71. Das ist, glaube ich, ein blauer Skin, glaube ich. Okay, schau mal. Also einfach mal. Oh mein Gott. Ich habe einfach mal den Inmate 176. Was? Wer ist denn der Inmate? Was ist das für's Team? Das ist quasi ein Ungewöhnlicher. Das heißt, ich darf einfach nur ohne Abkürzungen und ohne Emotes spielen. So, Freunde. Das finale Game. Ich bin mal sehr gespannt. Oh, das kommt. Laser Tracer. Laser Tracer. Let's go. Digga, ich darf keine Emotes verwenden. Lol. Alter. Ich kann alles machen. Ey, aber ich überlege, ob ich vielleicht sogar korrekt mache und sage, okay, wir machen wer hier so am längsten überlebt. Weißt du, wie ich meine? So oft korrekt. Was darfst du entscheiden? Oder es kann auch sein, ich mache auch einfach den hier so, weißt du? Das lass nicht zu hier, du Max. Mal überlegen, was wir machen mit dir. Aha, Junge. Oh je. Ja, vielleicht lass ich mich auch leben. Ich überlege mir das noch ein bisschen, weißt du? Boah, ich muss aber ehrlich sagen. Nein, aua. Ich muss ehrlich sagen, ich feiere Laser Tracer sehr. Also das ist so. Ja, Laser Tracer ist auch geil. Junge. Äh, ich bin gespannt, wer hier überlebt, wer hier länger überlebt. Also, ich könnte mich halt einfach so boxen, so weißt du, wen ich meine. Aber vielleicht, guck mal, es wird jetzt schon ein bisschen schwieriger. Ich weiß, du wirst sowieso rausfliegen, weißt du. Du bist ja sowieso nicht so gut, wie es bei mir ist, ne? Hey, mach mal kein Auge hier, ja. Boah, es wird schon ein bisschen schwieriger hier jetzt, ne? Ja. Tu. Oh. Nö, das ist eben auch was, man. Nein. Digga. Bin ich umarmt, weißt du? Lass dich umarmt, komm schon, du kannst. Lass dich umarmt, du kannst. Ich muss mich jetzt doppelt konzentrieren. Nein, 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 nein. Ey, es ist so assi, Mann. Let's go. Mann, es ist so assi. Komm. Okay, ja. Tipp, 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 Tipp. So, Digga, ist das. Junge. Ja, muss ich dir den gelassen. 3 zu 2. Ey, Mann, so Pech gehabt, Alter. Na ja, Freunde, auf jeden Fall, lasst ein Like da und kostenlos Abo, wenn ihr die Challenge gefeiert habt, checkt Lumex ab und damit, bis dann und ciao, ciao.